Musik Vorsicht, Commander. Einzelziel auf dem Weg voraus. Du musst was hacken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn das hier vorbei ist, schlafe ich ein paar Tage durch. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Unter Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Einmal scannen, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube schon. Wir sollten da oben anziehen! Möge die Macht mit euch! Noch mehr! Es ist vorbei. Bunker gesichert. Noch mehr Rebellen. Auf mein Signal warten. Ja, Kommandant. Stopp. Amgriff! Ich glaube, sie sehen mich. Verstärkung! Wo bleibt meine Verstärkung? Kommandant. 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 Sieh, Desi! Sieh, komm hier! Sieh, Desi! Sieh, Desi! Halt in die Stellung! Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Los, sammeln! Versichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur Thai-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zu Plattform 4 und diese Thai-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Haas, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, komm. Stell es jetzt durch. Admiral, der Entferner-Trupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter steckt Weg. Die Rebellen waren in Unterzahl unschlecht bewahrt. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander lassen. Darf ich freispringen? Nur zu. Wir sind zwar allein einen, aber das klang fast wie Verraten. Ziehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verraten. Vorsicht, Commander. Rebellen-Patrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie darum legen, dass sie schmieden. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuer. Ist der Krieg wirklich vorbei? Wenn es so leicht wäre, hätte das Imperium Javin 4 nicht überstanden. Aber trotzdem wimmelt es auf diesem Mond von ihnen. Es ist noch nicht vorbei. Vielleicht gibt das Imperium jetzt endlich auch. Wem sagst du das? Feuer! Schallen wir sie auf! Komplizente! Feind neutralisiert. Sie haben es verdient. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Du musst was hacken. Weiter geht's. Hey! Das war's für heute. Das war's für heute. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Für das Imperium. Wir sind nicht mehr lange hier. Das war's für heute. Wir müssen weiter. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld, Commander. Wir haben's gehört. Vorsichtig ausschweren. Wir haben hier schon zwei Patrouillen verloren. Noch mal passiert mir das nicht. Wir sind bereit machen, Hask. Attacke! Wir sind okay. Was ist das? Wir sind fertig. Agent Mikro, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Agent Mikro, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Troppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Ja, Commander. Wir sind dabei. Für das Imperium! Check das Ding! Ansonsten, die Rebellen schnauert. Die Rebellen schnauert. Aber die Rebellen schnauert. Aber das ist immer noch in der Ruhe. Wir versuchen, dass das Ding des Drums schnauert. Die Rebellen schnauert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kommander, Kontakt auf der Plattform Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht Schalten sie aus und sichern die TIE-Jäger für unsere Flucht Unter Feuerschutz abrücken Ich freue mich drauf Ach, mit den TIE-Jäger, kommen bereit nach Ja, Kommander Ach, mit den Speeren, die Masse! Ich gebe in Weckung, Commander. Gehen Sie! Nein, gehen Sie. Ich gehe als letzte. Schnaubbereit, Commander. Ich folge Ihnen. Schnaubbereit, Commander. Wir sind weg! Wir sind weg! Zu uns rein, die Leute! Stop it! Das funktioniert nicht! Hab ich! Nein! Imperiode! Haltet die Treppe! Sind Sie noch da, Commander? Jäger gesichert! Wir sehen uns oben! Du musst was für mich hacken! Nö.. oder? Hi! Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lange. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Kommande, wir haben ein Problem. Was gibt's, Husk? Die Explosion des Todessterns hat die Corbus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Kommande, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternenzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corbus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Husk nicht alleine auf der Corbus. Vielleicht schaffen wir es doch nun eben hier raus. Agent Hask, wir nähern uns der Corbus. Wie ist der Status der Triebwerke? Millionen Injektoren bei 60 Prozent. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber! Die Corbus beschützen! Sie hat keine Schilde! Das wird Ihnen eine Lehre sein. Direkter Fester! Nicht schlecht! Die Bomber starten ihren Angriff! Der Abschuss geht an dich. Der Abschuss geht an dich. Wir überlegen die Corbus. Husk, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Coordinate, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Kein Gegner weniger. Guter Schuss. Triebwerke fast bereit, Commander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Das wäre erledigt. Nicht schlecht. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Nico zu Corbus. Ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Wersi. Befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trop. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Hat verstanden, Commander. Ich weiß nicht ja. Ich weiß nicht, aber nein. Ich schaffs mir den Augen. Ich mache sie nicht. Ich mache es. Ich schaff zu섯en. Ich schaff ich ihn. ещbilanzner. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stil ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre, eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Verstio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen teilen werden. Herr, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist ein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moth Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Kommando, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moth Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Rebellenschiffe, rauf und vorn. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Fangen Sie die feindliche Korbett ab. Gehe auf Position. Agent Miko, greifen Sie die Schiffe an. Ja, Commander. Korbis ist unterwegs. Dranbleiben! Das wäre erliebend. Dranbleiben! Blockadebrecher zerstört! Commander Versio, hier spricht Morphrey. Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Transporter! Sie wollten mein Schiff, vernichten Sie sie, bevor Sie mich erreichen. Haben Sie verstanden? Ich schalte Sie dann aus. Reife feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Verspüren Sie ihn, wo er an Bord kommt! Einer weniger! Und noch immer zwei die Station ab! Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen! Alles im Griff, Sir! Agent Haft, wir nach! Ja, Commander! Klaus, ich verlange die Entfernung der Schiffe! Jäger zerstört! Jäger zerstört! Das waren alle! Die Dauntless muss ihre Energieträger herstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten! Ja, Commander! Dann dezimieren wir die Rebellen! Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Die Feindling, kommt nicht in Frage! Agent Haft, feindliche Jäger nähern sich! Die Feindling, kommt nicht in Frage! Die Feindling, kommt nicht in Frage! Die Feindling, kommt nicht in Frage! Ich bin auf dem Weg. Onkel Freis, Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Ich bin auf dem Weg. Onkel Freis, Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Kommando Versio, er ist noch da. Ich werde diesen Jäger nicht los. Ich bin getroffen. Alles klar, Agent Hask. Danke für die Hilfe, Kommando. Zeit, die Ionkanonen auszuschalten. Alles klar, Kommando. Der Hangar ist frei. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Pass, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dauntless. Ja, Kommando. 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 Ich gehe auf das feindliche Schiff. Hask, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dauntless. Ja, Kommando. 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 Ich gehe auf das feindliche Schiff. Kommando.